Die Firma Contosatom GmbH ist einer Regulierungsbehörde unterstellt. Die Regulierungsbehörde schreibt vor, dass die Ressourcen im Azure-Portal nur in einer bestimmten Region bereitgestellt werden dürfen. Jetzt müssen wir als Azure-Administrator gewährleisten, dass Ressourcen nur in einer bestimmten Lokation bereitgestellt werden können. Wie packen wir das an? Wir verwenden dazu die Azure-Policy. Ich navigiere direkt zu Policy. Wir können hier in den Policies mit sogenannten Definitions arbeiten. Ich navigiere zu den Definitions. Es gibt hier sogenannte Build-in-Definitions. Ich muss hier bei den Filterfunktionen nichts anpassen. Ich navigiere direkt zum Suchfeld und gebe ein Location. Und es gibt eine Build-in-Policy, mit der wir super arbeiten können. Die heisst Allowed Locations. Ich gehe in die Details von dieser Richtlinie. Und wir sehen hier im JSON-Format, was diese Richtlinie umsetzt. Wir können hier nach unten navigieren. Wir sehen die Allowed Locations. Es gibt dann verschiedene Regeln. Es gibt verschiedene Einstellungen. Und was aber ganz wichtig ist bei dieser Policy, wir haben hier den Effekt. Und der Effekt ist Deny. Es gibt da verschiedene Effekte. Beispielsweise Deploy if not exist. Das wäre ein weiterer Effekt. Und von diesen gibt es noch einige. Aber mit dieser Policy möchte ich nun direkt arbeiten, weil sie ist genau das, was wir brauchen. Also wählen wir die Schandfläche Assign, damit wir diese Policy zuweisen können. Jetzt müssen wir den Bereich bestimmen. Wir können beispielsweise auswählen über die gesamte Subscription. Das heisst, wir müssen hier die Subscription auswählen. MSTN Platforms. Wir können die Bereitstellung noch weiter einschränken, beispielsweise auf eine Ressourcengruppe. Wenn allerdings eine neue Ressourcengruppe erstellt wird, dann funktioniert diese Policy wieder nicht mehr. Also belasse ich es bei der Subscription. Ich möchte Ihnen trotzdem schnell zeigen, Sie sehen, es gibt hier verschiedene Ressourcengruppen. Ich könnte die Policy jetzt auf eine spezifische Ressourcengruppe anwenden, aber dann hat es nicht den gleichen Effekt. Ich belasse es bei der Subscription. Wenn also in meiner Subscription, MSTN Platforms, die falsche Lokation ausgewählt wird, kann die Bereitstellung nicht durchgeführt werden. Wir können mit Ausnahmen arbeiten. Wir haben hier Exclusions. Wenn Sie beispielsweise eine Ressourcengruppe ausschliessen möchten, können Sie das hier angeben. Nun geht es weiter. Wir müssen einen Namen bestimmen. Allowed Locations. Ich denke, dieser Name ist sprechend. Und ich werde gleich auch Allowed Locations als Beschreibung verwenden. Das ist ebenfalls in Ordnung. Und dann können wir entscheiden, soll die Richtlinie direkt angewendet werden. Enable oder Disable. Selbstverständlich, das möchte ich. Und wer hat diese Richtlinie erstellt? Es ist der Tom Wechsler. Nun geht es weiter. Jetzt müssen wir die Locations auswählen, die erlaubt sind. Und ich möchte nur eine Location zur Verfügung stellen. Und die Location lautet in meinem Fall West Europe. Diese Lokation ist erlaubt. Nun geht es weiter. Next. Ich kann nun, wenn ich muss, mit einer Managed Identity arbeiten. Und wir sehen es hier. Wenn jetzt in dieser Richtlinie der Effekt wäre, Deploy if not exists, dann müssten wir eine Managed Identity erstellen. Das ist jetzt aber in meiner Situation nicht der Fall. Darum brauche ich diese Option nicht zu aktivieren. Es geht weiter. Es wird nun die Validierung durchgeführt. Und wir wählen Create. Nun wird diese Richtlinie zugewiesen. Das ist bereits umgesetzt. Ich schliesse die Benachrichtigung, navigiere zu Policy Definitions. Dann anschliessend navigiere ich zu Assignments. Und dann sollte unsere Richtlinie hier vorhanden sein. Und sie ist es. Es gibt übrigens weitere Richtlinien, die angewendet wurden. Diese Richtlinien kommen aus dem Azure Security Center. Wir sehen hier die Abkürzung ASC. Steht für Azure Security Center. Navigieren wir zur Overview. Dann sehen wir auch wieder unsere Richtlinie. Wir haben hier Allowed Locations. Ganz wichtig. Diese Richtlinie ist noch nicht aktiv. Hier steht Not Started. Geben Sie dem Portal genügend Zeit, damit das Portal die Richtlinie starten kann. Und geben Sie dem Portal auch genügend Zeit, dass die Richtlinie bestehende Ressourcen untersuchen kann. Weil dann erhalten Sie eine Benachrichtigung von der Richtlinie, wenn Ressourcen in der falschen Region bereitgestellt wurden. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt noch nicht viel Zeit verstrichen. Ich möchte versuchen zu testen, ob die Richtlinie bereits jetzt schon funktioniert. Ich navigiere zu den Resource Groups, dann explizit zu TW-RG01 und dann wähle ich Add aus. Und ich möchte eine neue virtuelle Maschine erstellen, Windows Server 2016 Data Center. Ich werde nun ein paar Punkte konfigurieren. Einige sind bereits ausgefüllt. Ich wähle hier den Namen der virtuellen Maschine. Das ist beispielsweise WIN 2016. Und dann wähle ich bewusst die Region West US. Wir sollten dann am Schluss eine Fehlermeldung erhalten, während der Bereitstellung oder sogar bevor der Bereitstellung. Availability Options ist egal. Den Rest belasse ich. Ich werde hier den Benutzernamen eintippen und dann das Kennwort. Dann RDP-Port ist OK. Dann wähle ich hier die Option Nein, ich habe keine Lizenz. Dann geht es zu den Disk. Premium ist OK. Ich klicke da jetzt relativ schnell durch. Ich möchte da nichts gross anpassen. Das ist eigentlich alles OK. Es geht weiter zum Management. Die Boot Diagnostik und Guest Diagnostics werde ich ebenfalls ausschalten. Braucht es nicht. Also eigentlich so muss die Konfiguration sein. Alles ausschalten. Das ist OK. Enable Auto Shutdown ebenfalls. Kurzschnell ausschalten. Es geht jetzt wirklich nur darum, dass wir prüfen können, ob die Bereitstellung verhindert wird. Diese Einstellungen sind eigentlich wirklich nur sekundär. Es geht weiter zu Advanced. Dann zu den Tags. Und jetzt zu Review and Create. Jetzt wird die Validierung durchgeführt. Und wir sehen, Running Final Validation. Die Validation ist Passed. Aber wenn ich jetzt auf Create klicke, sollte die Bereitstellung verhindert werden. Und wir prüfen das gleich. Ich wähle Create. Jetzt wird die Bereitstellung gestartet. Und wir sehen, die Bereitstellung wurde gestartet. Sie wird nun übermittelt, die Bereitstellung. Und die Bereitstellung Kurzstand ist in Progress. Und jetzt sehen Sie den Fehler. Und der Fehler zeigt genau das, was ich haben wollte. Wir sehen, es ist nicht erlaubt, die Bereitstellung durchzuführen wegen einer Policy. Das wird hier wunderbar beschrieben. Und wir sehen auch, der Name der Policy heisst Allowed Locations. Wir haben der Firma Contoso Tom GmbH geholfen, dass die Ressourcen immer in der richtigen Location bereitgestellt werden. Wir sehen, es ist nicht erlaubt, dass die Ressourcen immer in der Lage ist.